90 Minuten Pranayama, gefolgt von 15 Minuten Meditation. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einer intensiven Pranayama-Sitzung. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Kundalini-Yoga-Intensiv-Seminar und ist nur gedacht für Absolventen der Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildungen und Kundalini-Yoga-Seminare. Du übst Kapalabhati, wechselseitiges Kapalabhati, 30 Minuten Wechselatmung mit Moksha-Mantras, drei Runden Bastrika und anschließend Meditation. Dabei wird nur der Ton zu hören sein. Du kannst also auch die Augen schließen und dich ganz führen lassen. Sitze ganz gerade. Atme sehr tief, vollständig ein. Sehr tief, vollständig aus. Atme ein, Bauch hinaus. Und langsames, festes Kapalabhati. Handzzei, 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 handzzei. Handzzei, 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 handzzei. ... ... ... ... ... ... ... Hünste, 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 hünste. Hünste, 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 hünste. Atmet vollständig aus, übt Agni Sara, Bauch vor und zurück. Wenn ihr bereit seid, atmet ein und haltet entweder gleich die Luft an oder atmet nochmals aus. Dann atmet wieder ein und haltet die Luft an. Macht Asvini Mudra, zieht die Beckenbodenmuskeln zusammen und lasst wieder los, wieder und wieder. Stellt euch dabei vor, Energie aktiviert die unterste Wirbelsäule. Spürt das oder stellt euch Licht vor oder wiederholt. Omaim Rim Klim Chamundayevice Namaha Reiner Weile könnt ihr entweder Mulabanda gleichmäßig weiterhalten oder auch wieder normal atmen. Bei der nächsten Runde könnt ihr wechselseitiges Kapalabat hier üben. Das heißt, ihr atmet durch ein Nasenloch aus und dann durch das gleiche Nasenloch ein, wie ihr vorher ausgeatmet habt. Und dann durch das andere aus und dann wieder ein. Ich werde am Anfang detaillierter ansagen, es wird dann etwas langsam sein. Und nachher könnt ihr in dem Probeiter wechselseitig üben. Wer allerdings merkt, dass ein Nasenloch sehr verschlossen ist, dann lasst die Hand unten und übt das beidseitige Kapalabati. Also wer kann, schließt das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen. Nachher schließt ihr das linke mit dem Ringfinger. Also rechtes Nasenloch schließen, ab mit links, aus, links, ein, rechts, aus, rechts, ein, links, aus, links, ein, rechts, aus, rechts, ein, links, aus, links, ein, links, aus, rechts, ein, links, aus. Aus, rechts, ein, links, aus, links, ein, rechts, aus, rechts, ein, links, aus, ein, rechts, aus, ein, links, aus, ein, rechts, aus, ein, links, aus, ein, rechts, aus, ein, links, aus, ein, rechts. Aus, ein links, aus, ein rechts, 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 aus, ein links, aus. Dann durch beide Nasenlöcher tief vollständig ein. Vollständig aus. Dann atmet bequem ein und haltet die Luft an. Jetzt übt das kleine Vajrolimudra, das heißt zieht die Beckenbodenmuskeln wellenförmig zusammen, von vorne unten nach hinten hoch. Ihr könnt aber auch wieder ein Lam, Vam, Ram, um so die unteren drei Chakras zu aktivieren. Vorne, Mitte, hinten, oben. Lam, Vam, Ram. Dann haltet die Beckenbodenmuskeln gleichmäßig angespannt, stellt euch die Wirbelsäule vor. Und könnt innerlich wiederholen. Zieh die Energie durch diese Shumna nach oben. Und dann, wenn du das, 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 wenn du Nächste Runde, wieder wechselseitiges Kapalabhati, wer die Nasenlöcher frei dafür hat, werdet langsam beginnen und nachher beschleunigen. Ab und zunächst ein, schließt das rechte Nasenloch, links, aus, links, ein, rechts, aus, rechts, ein, links, aus, links, ein, rechts, aus, rechts, ein, links, aus, links, ein, rechts, aus, rechts, ein, links, aus, ein, rechts, 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 aus Aus ein links, aus ein rechts, aus ein links, aus ein HANSZEI. HANSZEI, 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 H Ihr könnt entweder gleich die Luft anhalten, macht dies insbesondere, wenn ihr sehr lange die Luft anhalten könnt, oder ihr könnt nochmal ausatmen, einatmen, dann die Luft anhalten. Und dann, wenn ihr sehr gerne die Luft anhalten könnt, dann die Luft anhalten, dann die Luft anhalten. Dann, wenn ihr sehr gerne die Luft anhalten könnt, dann die Luft anhalten. Dann, wenn ihr sehr gerne die Luft anhalten könnt, dann die Luft anhalten, dann die Luft anhalten, dann die Luft anhalten. Atmet ein und beginnt. Atmet voll. Voll. Ständig. Aus. Wenn man immer bereit ist, atmet ein. Entweder halte die Luft gleich an oder atmet aus. Ein und wieder die Luft anhalten. Gleichmäßiges Mula-Bandha. Zungenspitze ans Gaumendach. Kopf entweder gerade oder wo es vorzieht, auch Kopf leicht nach hinten. Spürt, wie die Energie nach oben strömt. Ausstrahlt in alle Richtungen. Kapalabhati. Strahlen der Kopf. Aufstrahlt in alle Richtungen. Aufstrahlt in alle Richtungen. Aufstrahlt in alle Richtungen. Aufstrahlt in alle Richtungen. Kapalabhati. Vielen Dank. Wir werden eine halbe Minute mit der Wechselatmung beginnen. Wer will, kann vorher die Beine ausstrecken. Wechselatmung, Anuloma Viloma, für die Reinigung der Nadis, Nadishodhana. Aufspeichern der Energie, Entwicklung von Konzentration. So wie Patanjali im Yoga Sutra sagt, Pranayama, bereite den Geist auf die Konzentration vor und lüfte den Schleier, der das Licht verhüllt. Ab und zunächst sehr tief vollständig aus. Ab und noch einmal durch beide Nasenlöcher tief vollständig ein. Ab und durch beide Nasenlöcher vollständig aus. Schließt das rechte Nasenloch und ab mit links so tief und vollständig ein, wie ihr könnt. Dann haltet die Luft an, macht alle Bandhas. Mula, Udhyana und Jalandhara Bandha. Beckenbodenmuskelverschluss, Unterbauchverschluss, Kinnrichtung, Brustkopf, Zunge, Oberseite am Gaumen, Kehle leicht zusammengezogen. Schulterblätter nach hinten und unten. Bandhas lösen, Kopf heben und atmet rechts aus. Wer will, kann am Ende Udhyana Bandha üben. Dann atmet rechts ein. Wer will, kann beim Einatmen Mula Bandha üben. Haltet die Luft an. Dann übt alle drei Bandhas. Mula, Udhyana und Jalandhara Bandha. Hübt diese Bandhas gleichzeitig. Haltet aber die Schultern entspannt, Augen entspannt, Gesicht entspannt. Löst die Bandhas und atmet links aus. Brustkopf senken, Bauch hinein. Dabei ganz entspannt. Wer will, am Ende Udhyana Bandha. Links einatmen. Jamm, 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 Jamm. Luft anhalten, alle Bandhas. Wiederholt geistig. Jamm, 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 Jamm. Und konzentriert euch auf den Klang. Jamm, Jamm, Jamm. Bandhas lösen, Kopf heben, rechts ausatmen. Jamm, 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 Jamm. Rechts einatmen. Ram, 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 Ram. Luft anhalten, alle Bandhas. Wiederholt geistig. Ram, Ram. Und stellt euch Feuer vor. Feuer. Und konzentriert euch auf den Klang. Ram, Ram im Bauch. Bandhas lösen, Kopf heben, links ausatmen. Ram, 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 Ram. Links einatmen. Tam, 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 Tam. Luft anhalten, alle Bandhas. Wiederholt geistig. Tam, Tam, in der Stirn und spürt die Macht des Klanges. Tam, Tam. Dann das lösen, Kopf heben, rechts ausatmen. Tam, 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 Tam. Tam, rechts einatmen. Ram, 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 Ram. Luft anhalten. Wiederholt, Ram. Und spürt die Kraft des Klanges vom Muladhara Chakra hochsteigen. Ram, Ram, Ram. Ram, 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 Ram. Gebt euch das Gefühl von weiterer Ausdehnung. Jam, Jam, Jam. Bandhas lösen, Kopf heben, rechts ausatmen. Jam, 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 Jam. Ram, 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 Ram. Luft anhalten, konzentriert euch auf den Bauchbereich, Feuer oder Sonne. Energie, Feuer, Wärme. Ram, Ram. Bandhas lösen, Kopf heben, links ausatmen. Ram, 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 Ram. Links einatmen. Tam, 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 Luft anhalten. Stellt euch Wasser vor, plätschert in euch und durch euch hindurch. Tam, Tam, Tam. Bandhas lösen, Kopf heben, rechts ausatmen. Tam, 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 Tam. Rechts einatmen. Lam, 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 Luft anhalten, alle Bandhas. Wiederholt geistig. Lam, Lam. Und stellt euch vorher, werdet ihr wie ein Berg, stark und ruhig. Lam, Lam. Bandhas lösen, Kopf heben, links ausatmen. Lam, 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 Lam. Lam, links einatmen. Lam, 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 Luft anhalten. Ihr könnt euch Shiva im Herzen vorstellen, der mit seinem göttlichen Atem euer Herz öffnet, euch das Gefühl von Freude weitergibt. Bandhas lösen, Kopf heben, rechts ausatmen. Lam, 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 Lam. Rechts einatmen. Ram, 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 Ram. Luft anhalten, alle Bandhas. Shiva Nataraj, tanzender Shiva in einem Feuerkranz im Bauch. Gebt euch Energie und Enthusiasmus. Feuer. Ram, Ram, Ram. Bandhas lösen, Kopf heben, links ausatmen. Ram, 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 Ram. Links einatmen. Tam, 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 Luft anhalten. Stellt euch vor das Aus. Shivas Ha Ganga, Segensenergie, durchausch hindurchströmt, von Kopf bis Fuß erfüllt. Tam, Tam, Tam. Bandhas lösen, Kopf heben, rechts ausatmen. Tam, 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 rechts einatmen. Lam, 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 Luft anhalten, alle Bandhas. Wiederholt, Lam, Lam. Und spürt, ihr werdet wie der meditierende Shiva, verankert im Unendlichen, beständig und ruhig. Wann das lösen, Kopf heben, links ausatmen. Lam, 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 Lam. Links einatmen, Lam, 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 Luft anhalten, alle Bandhas. Shiva, öffnet euer Herz, gebt euch das Gefühl von Öffnung, Herzensgüte und weiter. Lam, 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 Lam. Bandhas lösen, Kopf heben, rechts ausatmen. Lam, 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 rechts einatmen. Ram, 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 Luft anhalten, alle Bandhas. Der tanzende Shiva, Nataraj im Bauch, gibt euch Enthusiasmus, Willenskraft, Mut, Begeisterung. Wann das lösen, Kopf heben, links ausatmen. Ram, 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 links einatmen. Tam, 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 Luft anhalten. Shiva, gebt euch Segen und Gnade, könnt loslassen, vertrauen. Tam, 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 Tam. Bandhas lösen, Kopf heben, rechts ausatmen. Tam, 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 rechts einatmen. Lam, 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 Luft anhalten, alle Bandhas. Erdenergie, Shiva, gebt euch Festigkeit, Stärke und Ruhe. Durchhaltevermögen. Bandhas lösen, Kopf heben, links ausatmen. Lam, 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 Lam. Links einatmen. Luft anhalten. Und wiederholt jetzt innerlich. Om, Gam, Ganapattaya, Namaha. Könnt euch Ganesha vorstellen, er beseitigt alle Hindernisse. Om, Gam, Ganapattaya, Namaha. Bandhas lösen, rechts ausatmen. Om, Gam, Ganapattaya, Namaha. Om, Gam, Ganapattaya, Namaha. Rechts einatmen. Om, Gam, Ganapattaya, Namaha. Luft anhalten. Stellt euch Ganesha vor mit dem Elefantenkopf. Segnet euch, gebt euch Fähigkeit, mit Enthusiasmus Dinge anzugehen. Om, Gam, Ganapattaya, Namaha. Om, Gam, Ganapattaya, Namaha. Bandhas lösen, links ausatmen. Om, Gam, Ganapattaya, Namaha. Om, Gam, Ganapattaya, Namaha. Links einatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Luft anhalten. Könnt wiederholen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Könnt euch Sharavana, Bhava vorstellen. Der ewig Jugendliche steht für Enthusiasmus und Bereitschaft, auch sich durchzusetzen, auch gegen innere Widerstände. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Rechts ausatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Rechts einatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Luft anhalten, wiederholt. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Ewig Jugendliche Kraft und Stärke. Bandhas lösen, links ausatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Links einatmen. Om, Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Luft anhalten, alle Bandhas. Om, Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Könnt ihr euch Sarasvati vorstellen mit dieser Vina, diesem Seiteninstrument, weißes Gewand, Kreativität und Weisheit. Bandhas lösen, rechts ausatmen. Om, Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Om, Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Rechts einatmen. Om, Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Luft anhalten. Sarasvati, Kreativität, Intuition, Weisheit. Om, Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Bandhas lösen, links ausatmen. Om, Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Om, Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Links einatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Luft anhalten, alle Bandhas. Könnt ihr euch vorstellen, ihr seid wie Lakshmi. Von oben strömt Segen in euch hinein und ihr gebt Segen weiter. Geben von Elefanten als Symbol von Stärke und Glück. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Wann das lösen und rechts ausatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Rechts einatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Luft anhalten. Lasst Segen in euch hineinströmen. Gebt Segen weiter. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Links ein. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Luft anhalten. Durga. Hier, gerade in den roten Gewand. Reitet auf einem Tiger. Voller Feuer und Enthusiasmus. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. An das Lösen, rechts ausatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Rechts einatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Luft anhalten. Durga, reitend auf einem Tiger. Voller Enthusiasmus, aber auch mütterliche Hingabe. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Bandhas lösen und links ausatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Links einatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Luft anhalten. Alle Bandhas. Stellt euch Kali vor, die alle Negativitäten auflöst. Euch hilft, gegen alle Widerstände hindurch zu gehen. Durch die Schattenseiten hindurch zu gehen. Bandhas lösen, rechts ausatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Rechts einatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Luft anhalten. Kali, die schwarze Göttin. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Wandhas lösen, links ausatmen. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Om, Sharavana, Bhava, Ganapattaya, Namaha. Links einatmen. Om, Gum, Gurub, Yona, Namaha. Luft anhalten. Bittet um Führung durch den Guru, den spirituellen Lehrer. In euch, im ganzen Universum oder euren persönlichen spirituellen Lehrer, Lehrerin. Om, Gum, Gurub, Yona, Namaha. Om, Gum, Gurub, Yona, Namaha. Wandhas lösen, rechts ausatmen. Om, Gum, Gurub, Yona, Namaha. Om, Gum, Gurub, Yona, Namaha. Rechts einatmen. Om, Gum, Gurub, Yona, Namaha. Luft anhalten. Om, Gum, Gurub, Yona, Namaha. Om, Gum, Gurub, Yona, Namaha. Links ausatmen. Om, Gum, Gurub, Yona, Namaha. Om, Gum, Gurub, Yona, Namaha. Links einatmen. Om, Namo, Bhagavate, Sivanandaya. Luft anhalten. Stellt euch Swami Sivananda vor. Und von ihm ausgehend Segen, Licht, Freude. Om, Namo, Bhagavate Sivanandaya. Om, Namo, Bhagavate Sivanandaya. Dann das lösen, rechts ausatmen. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. Rechts einatmen. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. Luft anhalten. Stellt euch Samishivananda vor, wie ihr euch segnet, mit Licht auflädt. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. Links ausatmen. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. Links einatmen. Om Namo Bhagavate Vishnadevanandaya. Luft anhalten. Stellt euch Samishivanandaya vor, unter dessen besonderen Segen dieses Kundalini intensiv zwischen den Jahren steht. Om Namo Bhagavate Sivanandaya. Om Namo Bhagavate Vishnadevanandaya. Rechts einatmen. Om Namo Bhagavate Vishnadevanandaya. Luft anhalten. Und bitte um den Segen von Swami Vishnu. Om Namo Bhagavate Vishnadevanandaya. Das Tshivanandaya. Anders lösen und links ausatmen. Om Namo Bhagavate Vishnadevanandaya. Links einatmen, Om Namah Shivaya, Luft anhalten, das Shiva Segen euch ganz nach innen führen, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, rechts ein, Om Namah Shivaya, anhalten, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, links ausatmen, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, links einatmen, Om Namah Shivaya, Luft anhalten, Om Namah Shivaya, Friedenskraft strömt in euch hinein und durch euch hindurch. Rechts ausatmen, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, rechts einatmen, Om Namah Shivaya, Luft anhalten, Pranayama nicht nur für euch selbst, sondern für den Frieden in der ganzen Welt, dass ihr Friedensenergie ausstrahlt. Om Namah Shivaya, links ausatmen, Om Namah Shivaya, links einatmen, Om Namah Shivaya, Luft anhalten, Luft anhalten, alle Bandhas, und bittet um Lichtenergie, Vasudeva heißt Licht aller Geschöpfe, bittet um Licht, dass ihr Licht empfangen könnt, Licht geben könnt. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya, rechts einatmen, om namo bhagavate vasudevaya, bittet um Licht, Freude, Liebe, om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya. Links ausatmen, om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya, links einatmen, om shri rama yanamaha, Luft anhalten, Rama, Freude, ethische Kraft, die Kraft das Richtige zu tun, om shri rama yanamaha, rechts ausatmen, om shri rama yanamaha, rechts einatmen, om shri rama yanamaha, bittet um die Kraft das Richtige zu tun, auch die Einsicht, om shri rama yanamaha, links ausatmen, om shri rama yanamaha, links einatmen, om shri rama yanamaha, Luft anhalten, luft anhalten, hanuman, Schutzherr des Pranayama, Sohn des Windes, Hingabe und große Kraft, om shri rama yanamaha, rechts ausatmen, om shri rama yanamaha, om shri rama yanamaha, rechts einatmen, om shri rama yanamaha, luft anhalten, om shri rama yanamaha, om shri rama yanamaha, links ausatmen, om shri rama yanamaha, links einatmen, luft anhalten, und jetzt mit starkem Mula Bandha, zieht jetzt alle Energie durch die Sushumna nach oben, om shri rama yanamaha, om shri rama yanamaha, atmet rechts aus, om shri rama yanamaha, om shri rama yanamaha, om shri rama yanamaha, rechts ein, om shri rama yanamaha, luft anhalten, om shri rama yanamaha, om shri rama yanamaha, atmet links aus, oder im eigenen Rhythmus, om shri rama yanamaha, om shri rama yanamaha, om shri rama yanamaha, links ein, luft anhalten, luft anhalten, und alle Konzentration auf den Raum oberhalb des Scheitels, und jetzt Lichtenergie von oben, om bhuvvasvaha, tatsa viturvarenyam, bargo devasya dhimahin, diyo yonaprachodayat, atmet rechts aus, om bhuvvasvaha, tatsa viturvarenyam, bargo devasya dhimahin, diyo yonaprachodayat, atmet rechts ein, links aus, um bhuvvasvaha, tatsa viturvarenyam, bargo devasya dhimahin, diyo yonaprachodayat, links aus, links einatmen, luft anhalten, letzte Runde Konzentration auf Agnya desahasrara chakra, durch das universelle Licht, mit persönlichem Mantra oder oben oder in der Stille. rechts ausatmen, rechts ein, anhalten, anhalten, links ausatmen, senkt die Hand, atmen ein paar mal tief ein und aus, ihr habt so 30 Minuten Wechselatmung geübt, die Nadis gereinigt, ihr seid bereit für Bhastrika, jetzt die Energien durch die gereinigten Nadis hindurchströmen zu lassen. Atmet sehr tief vollständig aus, abend so ein paar mal tief ein und aus, ihr könnt aber ein inneres Gebet sprechen, um Führung zu bitten. Atmet sehr tief ein und beginnt. раз.. zwei.. drei.. zwei.. zwei.. drei.. zwei.. zwei.. drei.. Hans, zwei, 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 Hans. Leere Lungen, Uthiana Banda oder Agni Sara. Wenn ihr mehr bereit seid, schließt ihr das linke Nasenloch mit den Ringfingern ab, mit den Daumen ab und rechts so tief ein, wie ihr könnt. Dann haltet die Luft an mit allen Bandhas. Wer will, kann Shakti Chalini üben, die Hände auf den Boden und Becken heben und senken. Zehn bis zwanzig Mal. Dann bleibt weiter ruhig sitzen mit allen Bandhas. Wer sehr zügig ausgeatmet hat, atmet nochmal rechts ein und hält nochmals die Luft an. Nächste Runde. Atmet sehr tief, vollständig aus. Sehr tief, vollständig ein. Beginnt. Hans, zwei, 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 Hans, zwei. leere lungen wenn ihr wollt mit uttiana oder agnisara könnt ihr doch länger halt mit leeren lungen oder wann immer bereit seit rechts einatmen dann luftanhalt mit allen bandas wer will mit chakti chalini mudra das heißt becken heben und senken wird er 10 bis 20 mal oder länger wenn er ruhig haltet macht alle bandas wer sehr zügig ausgeatmet hat ab nochmals rechts ein noch eine runde atmet sehr tief vollständig aus atmet sehr tief vollständig ein und beginnt und die Hans sei, Hans sei, Hans sei. Leere Lungen, wenn ihr wollt, mit Uttjana Bandha oder Agnisara. Und wann immer ihr bereit seid, abendet ihr rechts ein. Ihr könnt auch längere Zeit mit leeren Lungen die Luft anhalten. Wenn ihr die Luft anhaltet, könnt ihr wieder Shakti Chalini üben. Ich kann auch Shakti Chalini am Ende üben, solange die Luft anhalten, wie man kann. Und dann zum Schluss nochmals Shakti Chalini. Und dann zum Schluss nochmals Shakti Chalini. Und dann zum Schluss nochmals Shakti Chalini. Vielen Dank. Dann atmet ein paar Mal tief ein- und aus. Vorbereitung auf die Meditation. Vielen Dank. Atmet zunächst ein paar Mal tief ein- und aus mit sanftem Ujjayi-Klang. Zunge nach hinten. Mulabandha beim Ein- und beim Ausatmen. Richtet eure Energie ganz nach oben aus. Wenn ihr merkt, dass es hilfreich ist, verbinde das mit Kechari-Mudra, großem Kechari-Mudra, mit Kopf hinten, Brustkorb nach vorne gewölbt. Wenn ihr merkt, dass es besser ist, dann halt den Kopf in der neutralen Haltung. Ihr könnt, wenn ihr wollt, weiter Mulabandha halten oder es lösen. Ihr könnt die Zunge weiter nach hinten geben oder es lösen. Dann bringt den Atem zu Kevala-Kumbhaka, meditativen Atem. Atmet wenig Luft ein, wenig Luft aus. Sanft, sodass es angenehm bleibt. Und wenn hilfreich, könnt ihr auch Plabini-Mudra üben oder Plabini üben. Das heißt, die Lungen recht vollständig gefüllt halten. Wenig Luft ein- und ausatmen. Bei ziemlich gefüllten Lungen. Wiederholt ein Mantra, euer persönliches Mantra oder ein Mantra eurer Wahl. Öffnet euch nach oben. Vom Herzen her, von der Stirn her, vom Scheitel her oder von eurem ganzen Wesen her. Bittet um die Erfahrung göttlicher Gegenwart. Meditiert weiter so oder auf eure eigene Weise in der Stille. Meditiert wieder, wird in der Stille. in der Stille. Meditiert wieder. Den Ausgleichen,Noten der Stille. also im B-I-N-G-J-K. in der andere Stille, sind das aus der Gust Wirktens Hay wood übernigt hat und a if変. Vielen Dank. 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 Aum. 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 Aum.